Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Seania, ich grüße dich. Deine Frage ist, was kannst du erwarten mit diesem Schulfreund, dieser Bekanntschaft aus der Vergangenheit? Er zeigt jetzt Interesse an dir, könnte was werden. Das klären wir bei diesem Orakel. Diese Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft und das bedeutet eine Reise. Entweder soll er dich besuchen oder sollst du ihn besuchen. Besser wäre, wenn er zu dir kommen würde, dann habt ihr diesen persönlichen Kontakt und dann kannst du das besser einordnen. Wie sollst du mit ihm umgehen im Gegenwart? Und das heißt, nimm die Handlungen selbst in Hand. Und das ist die Feuerelemente und das zeigt Aktivität, Begeisterung. Erzähle etwas, was dich begeistert. Ich würde jetzt nicht die Liebe Partnerschaft und die Gefühle betonen. Ich würde die Aktivitäten betonen und die Begeisterung betonen. Eventuell, wenn das zum Sprache kommt, Intimität, das am Rande, weil da gehört auch noch eine gewisse Leidenschaft. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Diese Kirche symbolisieren deine Gefühle. Davon ist drei gebrochen und fließt Tränen. Und das ist deine Vergangenheit. Im Gegenwart zeigt hier diese Person, man kann nicht sehen, ob das männlich ist oder weiblich, spielt auch keine Rolle. Wichtig ist diese Haltung, nach innen schauen, nach dem Krieg zu sein, die innere Ruhe bewahren. Das entspricht die Gegenwart, das was dich unterstützt momentan, weil das gibt dir die innere Ruhe und auch die innere Kraft. Und dann planen die Zukunft. Und die Zukunft ist hinter dir und zeigt diesen beiden Kerlchen. Und das heißt eine Beziehung. Und die Kerlchen symbolisieren die Gefühle. Ich würde jetzt gar nicht mit Namen nennen, wer ist jetzt konkret dieser Mann, sondern bleib in diesem Vertrauen. Die Richtige kommt im richtigen Augenblick. Ich versuche das nicht auf eine bestimmte Person zuordnen. Ich schließe nicht aus, dass es dieser Mann wird. Immerhin ist er begeistert von diesem Kontakt und wird auch Schritte machen in deine Richtung. Was liegt bei dir im Unbewussten, noch im Verborgenen, das ist dieser Kampf, obwohl die Begeisterung da ist. Schau mal diesen Mann an, erkämpft und ist niemand da. Warum kämpft er? Man weiß das gar nicht. Und das entspricht dem Gefühlszustand, dieser ständige inneren Kampf oder die Bedürfnisse, der andere soll um mich kämpfen. In der Lieberpartnerschaft braucht man keinen Kampf. In der Lieberpartnerschaft braucht man Vertrauen. Vertrauen, weil das ist die Basis. Also hör auf zum Kämpfen. Es ist nicht zum Kämpfen, sondern nimm dieses Feuerelement wahr. Und das ist aktiv, das ist Begeisterung, das ist Leidenschaft. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Das heißt, sei begeistert von dieser Begegnung, sei begeistert von dieser Reise, sei begeistert von diesem Treffen und lass alles andere auf dich zukommen. Die Zahl 7 bedeutet hier ein Bezug zum Mondenergie und Mondzeit, Empfängnis, das entspricht auch unseren Träumen. Und das sind die Chancen, das sind die Möglichkeiten, aber nicht mit dieser Haltung, sondern mit dieser absoluten Ruhe und das heißt auch Empfängnis. Mit anderen Worten, fliegt die Kontakt zu diesem Mann, aber spricht nicht zu viel über Gefühle. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt dieses Bild und das zeigt, er sucht neue Perspektive, er sucht neue Möglichkeiten, er orientiert sich neu. Und die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit, ist keine andere Frau da, sondern das entspricht seinem Wunsch nach einer Partnerschaft. Das ist seine Richtung. Was liegt bei ihm im Verborgenen? Das zeigen hier die Münzen. Und das ist viel Arbeit, das heißt, er hat viel Arbeit, er muss auch um die Finanzen kümmern. Und er möchte etwas abschließen und etwas Wertvolles in Besitz nehmen. Immerhin heißt dieses Bild Besitz, etwas in Besitz nehmen, was für ihn wertvoll ist. Das kann auch diese liebe Partnerschaft sein, weil das ihm wertvoll ist. Was diese Karte noch zeigt, das ist die Geduld. Geduld, bis sich das erntet, bis das Früchte trägt. Und das heißt, erst Juli kommt, Juli, dann bis August, kommen die ersten Signale, wo er bereit ist, über Gefühle zum Sprechen, über Beziehung zum Sprechen. Diese Karte ist auch eine wichtige Botschaft und das heißt, der Feld der Träume. Das ist gerade wichtig. Natürlich sollen wir die Realität leben. Wir sollen auch bodenständig sein. Aber wir dürfen träumen. Das ist nicht verboten. Und unsere Fantasie kennt doch keine Grenzen. Und wenn ein Traum realistisch ist, realistisch erscheint, also erreichbar ist, dann sollen wir die Aufmerksamkeit auch auf diese Bilder lenken, weil ein Traum kann wahr werden. Ich kann nur sagen, du hast Chance, mit ihm zusammen zu sein. Kommt auch einiges in Bewegung. Ihr werdet euch auch treffen. Ich würde jetzt nicht die Liebe, die Gefühle und Beziehung betonen, weil er braucht dazu Zeit. Er muss das auch vorbereiten, auch um die Finanzen kümmern, auch um die berufliche Situation kümmern. Bis dahin versuche ich ihn von vielen Dingen begeistert. Er wird dich auch begeistern und lebe diesen Traum und zeige auch ein bisschen Geduld. Liebe Seania, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera. Ich bedanke mich für deine Treue.